Leitern Die mach ich doch gerade Die Framerate kackt wieder ab Reichen 52 erstmal? Was? 54 Leitern Ja Fürs Erste Du kannst ja mittlerweile den Boden schon mit Stein oder Holz machen und schon mal ne Tür rein machen und Leitern Weißt du? Ich würde erstmal den Weg zu unserem alten Haus bauen Ja, aber ich würde erstmal den Turm bauen Okay, du kannst natürlich jetzt auch schon den Weg anfangen So, warte mal, kannst du hier unten die Leitern? Ne, okay, warte Wo soll ich denn die Leitern denn machen? Mach mal schon mal welche hoch Ja, genau dort So Warte, warte, warte Komm her Warte, ich komme runter Ah Ah So So, bitteschön Thanks Na Och, das ist das Danke Bitteschön So Ich Baue da jetzt den Weg Aus was? Aus Stein, ne? Ja, geh mal zu unserem alten Haus oder zumindest mal zum Zur Clip Ne, warte mal Na, ich nehme jetzt alles Stein mit, was ich hier irgendwo finden kann Und dann pflaster ich den Weg aus Stein Naja, ich würde bloß gerne wissen, ob man das von irgendwie irgendwo her sehen kann Von unserer alten Position aus, weißt du? Äh, ich weiß schon was du meinst Jol, da ist ein Zombie Okay Warte, ich geh jetzt erstmal Ja, ich mach, ich mach das, ich Ich setz auch ein paar Fackeln auf den Weg Also nicht auf den Weg, sondern so Ja, und mach mal, wenn du zum Wintergebiet kommst, dass du da ab und zu mal solche Laternen machst Weil wenn das einschneid, finden wir nimmer zurück, wenn da alles Ja, ich weiß schon, ne, so wollte ich das ja machen Achso, gut So, da bräuchte ich jetzt noch ne Eisenschaufel Na, natürlich ist das jetzt hier nicht Es ist natürlich hier kein Stück Eisen, oder? Ja, das war ja klar Haben wir noch in unserem alten Haus welche? Was? Eisenschaufel Oder? Nee Hast du alles mitgenommen, oder? No Nein Was hast du denn da alles draus gebaut? Drei Eimer Elendig viele Äxte Ach, so viele sind es noch wieder nicht Nein Was ist... Oh! Was bist du? Wollte grad sagen Seitdem macht ihr so ein Zombie mit so einem weißen Helm rum Hehehe So Ach, typisch, ich hab keine Ging's mehr So Reicht einer jetzt? Schaufel nicht, dann mach mal lieber zwei Jaaaa Okay Ich hab erstmal ne kleine Idee was ich mache bevor ich hier den Turm weiter ausbaue Das wär Tja Erstmal aufs Bett legen Ne, ich brauch erstmal Stein Und den Porno-Creeper angucken Nein Pfff Nein Du mit deinen Perversitäten-Gedanken Wann haben wir das ganze Stein? Wir haben keinen Stein mehr Ich hab den grade mitgenommen für den Weg Wie viel Stacks? Wie viel Stacks? Ähm Fünfeinhalb Gib mir mal bitte zwei Ich renne jetzt ja nie nochmal zurück Ich bin jetzt schon zum vierten Mal den verdammten Weg gelaufen Tja Kann man das nicht irgendwie per Eilpost schicken oder so? Jaaaa Sicher bestimmt Ja, man wisst ja manchmal Ich hab mir jetzt nämlich hier ne kleine Abkürzung gebaut, falls ich mal irgendwann so hoch bin, dass ich, wenn ich mal runterfallen sollte Ach so hast du ja Genaustens in ein Becken springen kann Ja, David, das ist nicht gerechnet Doch, hab ich mir schon gedacht Ach so So, aber trotzdem brauch ich erstmal Stein Ich hab noch einen Stein Dort ist hier doch die Schämlich-Ecke Da kannst du ja Ach, die Schämlich-Ecke Ja, stimmt Stimmt Die gute alte Schämlich-Ecke Okay Das waren noch Zeiten Vorgestern Vorgestern So, jetzt muss ich erstmal nämlich zurückfinden Ja, das ist erstmal das Problem, ne? Ich würde, ich würde mal so durch den Durch den, hier durch den Hast du die Schämlich-Ecke weggemacht? Nein Das Schild? Nein Das ist weg und es ist weiter tief reingebaut worden Das Schild hab ich zumindest nicht weggemacht, das weiß ich Hast du weiter reingebaut? Auch nicht Lol Also, naja doch, dann... Also, so mal Na, warte mal Wie hab ich denn das? Ich bin natürlich auch... Gut, ich will den Weg aus Stein bauen, aber hab keine... Spitzhacken mitgenommen Ne, gar nichts Ich hab bloß gedacht, dass die Creeper oder die Endermans hier eine heimliche Mine machen wollen Natürlich Die haben ja auch sonst nichts besseres zu tun Jaja Den ganzen Neu St zu machen ist jetzt auch nicht so Kuro 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 die dann so reden die mit den Augen so wackeln ach so diese Eulen ähnlichen ach so dieser Schruz an Schruz chinesischen Kinderspielzeug mhm ach das ist doch so jetzt hab ich erstmal ein bisschen Stein ich werd hier noch bekloppt mit dem Wegbau machst du doch gut ich baue hier andauernd Steine übereinander und da war wieder die Framemail abgekackt ist super wenn man grad ne Leiterun äh ich stand in drei Creepern jetzt einmal ganz ruhig okay ich hab nichts das war nicht witzig und es wird wieder Nacht ich bin so irgendwo in der Wildnis ne oh man kommst du nach Hause äh gut ich wollte in das alte Haus gehen kann man da eigentlich synchron übernachten wie naja wenn du wenn ich mich jetzt in unser Bett hier lege und du dich in unser altes Bett ja ja geht das dann ja kann man dann mal ausprobieren aber erstmal will ich noch den Stick kannst du mal gucken was wir noch so da haben ich baue erstmal hier den Weg so weit wie ich komme und dann na gut wo bist du gerade mach gar nichts irgendwo hier in der Kluft ach du Scheiße man muss schon wieder nachgewachsen ey Zuckerrohr ist ja alles wie Bambus oder also ich bin fast ja ne ich bin fast so hoch wie ich baue hier so Brücken mäßig das ich bin höher als unser Haus ne gleich hoch mach den Tormani ganz so hoch also höher wie unser Haus ne aber und nicht nicht äh aber nicht so halt übertrieben groß ja schade ich weiß aber ja es wird noch so viel Arbeit und genau schöne Abkürzung im Wasser so dann machen wir das jetzt zu dass hier nichts dass hier nichts reinkommt jetzt hier schon wieder ein Creep auf die Pelle rücken ich höre das schon wieder ich zieh mich in unser Haus zurück vor allem aber wie ist der Enderman vorn reingekommen sag mir das mal der ist auch letztens durch einen Block durchgekommen also ja schon aber das oder der hat den Block weggenommen ist durch hat ihn wieder hingesetzt aber das war ein bisschen zu blöd ich meine dort oben lag ein Stück Erde und hier lag auch ein Stück Erde und der hat unsere Blume zerstört dieser also ja ja